Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und diese Sendung, das wird Sie vielleicht überraschen, widmen wir einfach mal der deutschen Durchschnittsfamilie, die arbeitet und Steuern zahlt. Dieser Familie möchte ich heute zurufen, seid ihr doof? Wer zahlt denn heute noch Steuern? Jetzt mal ehrlich, die Panama-Enthüllung, ein wirklich gigantisches Netzwerk aus Briefkastenfirmen. Ich meine, klar, muss man sagen, gibt es auch ehrenwerte Motive, so eine Briefkastenfirma zu gründen. Zum Beispiel. Ja, weiß ich auch nicht. Es geht jedenfalls nicht immer nur um Steuerhinterziehung. Es geht also nicht nur um Steuerhinterziehung, es geht auch um andere Delikte. Es geht um Drogenhandel, Waffenhandel. Es geht auch darum, vielleicht den Unterhalt eines unehelichen Kindes zu sichern, das ich mit der Sekretärin gezeugt habe. Herzlichen Glückwunsch! Ja, schön! Weißt deine Frau schon davon? Jetzt schon, es lief ja bei Phoenix. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, welche Prominamen da auftauchen in diesen Panama-Papieren. Hier, der neue FIFA-Präsident. Ja, von allen hätte ich es erwartet, aber nicht von der FIFA! Menschlich enttäuscht. Gut, müssen wir dazu sagen, noch konnte man Herrn Infantino nichts Strafbares nachweisen. Woraufhin er gesagt hat, uff. Genau, uff. Oder hier, noch besser, Englands Premier Cameron war beteiligt, wissen wir seit gestern. Hochnot peinlich. Mehrere enge Freunde von Wladimir Putin. Unter anderem sein bester Kumpel, der Cellist Sergej Roldugin. Ja, dem gehören wohl drei Briefkastenfirmen in Panama. Der ist multimillionär als Cellist. Junge Junge, der muss aber verdammt gut Cello spielen. Toll! Sehr gut! Ich glaube, das war aus der Nusskackerschmied. Jeder Cent hoch verdient. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Warum verschließen ausgerechnet wir Deutschen plötzlich unser Herz vor Flüchtlingen? Gut, vor Steuerflüchtlingen, aber trotzdem. Ne, warte mal, schauen Sie in diese Augen und sagen Sie mir, Sie können denen lange böse sein. Ich kann das, wirklich. Nein, wirklich wütend macht einen natürlich was anderes. Wirklich wütend macht einen die Heuchelei deutscher Politiker. Warum werden solche Skandale wie der immer nur von Journalisten aufgedeckt und nie von Steuerbehörden? Und jedes Mal, wirklich jedes Mal heißt es hinterher, so jetzt wird aber aufgeräumt. Hier, nach dem letzten Luxemburg-Skandal, vor zwei Jahren erst. Was haben die sich da gefeiert im Bundestag für ihre Reformchen? Heute ist der Tag, an dem vieles gut wird. Ein Tag der großen Freude. Das ist ein ganz wesentlicher Erfolg. Alle Steuerpolitiker, die müssten hier vor Begeisterung eigentlich platzen. Eine Sensation. Ein Meilenstein, dass wir wissen, wer wo sein Geld liegen hat. Und das haben wir... Danke, Lothar. Hör auf zu klatschen, Lothar! Es gibt hier nichts zu klatschen. Es gibt wirklich nichts zu klatschen. Deutschland ist selber Platz 8 in der Steueroasen-Hitparade. Fünf Plätze besser als Panama. Also hier ist es leichter, Steuer zu hinterziehen. Und fast alle großen deutschen Banken waren tatsächlich Komplizen beim Briefkastengeschäft. Jedes Jahr verlieren wir als Gesellschaft irgendwas zwischen 50 oder 100 Milliarden durch Steuerbeschiss. Hören Sie dazu nun Heiko Maas in seiner nagelneuen Rubrik. Lachsalven und Juxraketen mit Bundeswitzminister Heiko Maas. Mit Blick auf die deutschen Banken sei gesagt, niemand wird sich dem nationalen Recht und auch den deutschen Fahndungsbehörden dauerhaft entziehen können. Oh, der Heiko! Ja, für einen Komiker echt ein sehr guter Justizminister, das muss man sagen. Aber zu den Fakten. Alleine in Bayern sind gerade ganz aktuell 1600 Planstellen in den Finanzämtern unbesetzt. Und ich behaupte, das hat Methode. Man lockt Firmen an Richtung Bayern mit dem Slogan, wir gucken nicht so genau hin. Sagt auch dieser ehemalige Steuerfahnder. Streng sind die Ämter vor allem in Bayern nur, wenn es irgendwie auffällige Zahlen gibt. Dann wird geprüft. Ansonsten lässt man die Leute und Unternehmen einfach machen. Das ist so eine Art Wirtschaftsförderung. Ja, Wirtschaftsförderung durch Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Super. Ich finde, der Staat müsste dann aber auch viel mehr für Drogendealer und Zuhälter machen. Denn die richten weit weniger Schaden an. So, wir zeigen jetzt mit dem Finger auf, weiß ich nicht, irgendwelche exotischen Inseln. Dabei haben wir das Problem mitten in Europa. Hier in Europa gibt es einen knallharten Steuerunterbietungswettbewerb. Beispiel Irland. Wir sind ein freundliches Land für Investoren. Und ein Schlüsselelement unserer Freundlichkeit ist der Steuersatz von 12,5 Prozent. Och, das ist aber freundlich. Ja, gut, andererseits, was sollen die Iren sonst machen? Nur von Sex mit Schafen kannst du nicht leben. Oder Holland. Holland ist eine Art Geldflughafen. Zwölf Billionen Euro fliegen da jedes Jahr in die Niederlande rein und dann praktisch unversteuert wieder raus. Zwölftausend Milliarden. Ja, ich versuche Ihnen die Zahl mal in Gauda umzurechnen. Das ist wirklich eine Zwölf mit zwölf Käsenullen hinten dran. Machen deutsche Politiker da irgendwelchen Druck? Nee, heile mal nicht. Nee, sie lassen ja auch weiterhin zu, dass große Konzerne, dass die Multis ihre Steuern bei uns in Deutschland kreativ gestalten dürfen. Nach unseren Recherchen zahlte Starbucks von 2002 bis 2012 in Deutschland keine Steuern. Ja, ich war nie gut in Mathe, aber ich glaube, das ist nicht viel. Dafür schmeckt der Kaffee aber auch scheiße, das gleicht sich aus. Oder Beispiel Ikea. Die sympathischen Elchwemser von nebenan haben es nämlich auch nicht so mit Steuern. Aber gar nicht. Immerhin bedankt sich Ikea jetzt bei uns mit seinem neuesten Spot. Ey, Deutsche! Danke nochmal, dass ihr seit über 40 Jahren unsere Schrottmöbel aus gepressten Holzabfällen kauft. Kleiderständer, Küchen, Tische, Geschirr. Über 4 Milliarden Euro Umsatz machen wir pro Jahr allein in Deutschland. Ihr habt in unseren Betten gepimpert, ihr habt in unsere Kissen gefurzt und beim selber aufbauen mehrere Finger verloren. Selbst wenn ihr Geld verdient, wollt ihr immer noch leben wie verlauste Hippie-Studenten. weil ihr zu geizig seid, richtige Möbel zu kaufen. Also ist es euch sei's egal, ob wir den Fiskus, also euch, jedes Jahr um Millionenbeträge beseißen. Ihr liebt uns, egal was wir machen. Und wir lieben euch, weil ihr blöd seid. Ja, entdecke die Möglichkeiten. Ja, ist ja nur ein Beispiel, Ikea. Amazon, Apple, man muss sich wohl damit abfinden. Die Konzerne haben Möglichkeiten, die wir nicht haben. Zum Beispiel mit fetten Steuerrabatten auf sogenannte Lizenzen. Birte Schneider recherchiert für uns bei Ikea. Birte, ich habe naiberweise immer gedacht, Ikea, das wären die Guten. Ich meine, hallo, die haben das Billy-Regal erfunden. Das Sofa-Knippern, den Pfannenwender Knorp. Ja, aber eben leider auch die Lizenzgebühr leckt mich und die Briefkastenfirma fickt euch. Oliver, die LG haben vor allem den Steuerbeschiss erfunden. Alle Tricks, die heute von Apple, Amazon und Co. genutzt werden. Das ging los in den 90ern, als Ikea gemerkt hat, ach, guck mal, wir können unsere Köttbuller ja viel billiger herstellen, wenn wir die nicht mehr aus Schweinefleisch machen, sondern aus alten Matratzen. Ja, aber was ich nicht verstehe, warum zahlen große Konzerne immer noch so wenig Steuern in Deutschland? Oliver, muss ich es wirklich aussprechen? Warum leckt sich der Hund die Eier? Weil er es kann. Weil es ihm der Gesetzgeber erlaubt. Und Ikea hat ja durchaus reagiert auf die ganze Kritik. Nach lauter Kritik veröffentlicht der Ikea-Konzern einfach gar keine Zahlen mehr. Und er muss es auch nicht. Kein Gesetz in Deutschland zwingt Firmen zu sagen, wo sie wie viel Steuern zahlen. Das stimmt. Auf der anderen Seite, kein Gesetz zwingt Sie, liebe Zuschauer, weiter bei Ikea einzukaufen. Also das ist jetzt kein Boykott-Aufruf, ne, um Himmels Willen. Aber es ist natürlich schon so, jeder Euro, den Ikea an Steuern spart, ist ein Euro weniger für Spielsachen in Kindergärten. Oder anders gesagt, jedes Mal, wenn Sie ein Billiregal aufbauen, dann weint dieses Kind. Ey, allein zwischen 2009 und 2014 hat Ikea nur in Europa über eine Milliarde Euro Steuern gespart. Wahnsinn. Und wie genau machen die das? Ach, mit Stiftungen in Lichtenstein, Lizenzgebühren nach Holland, das ist total kompliziert. Ich habe hier mal die Bauanleitung für das Ikea-Steuermodell. Skrüppelos. Das kriegst du als Normalbürger nie zusammengebaut. Aber nicht illegal. Unmoralisch, ja. Widerlich. Asozial zum Kotzen. Aber nicht illegal. Und ich finde, hier müssen wir als Kunden von Ikea lernen. Ab sofort nehmen wir auch alles mit, was gerade noch legal ist. Mein Tipp, wenn Sie morgen zu Ikea gehen, hier gibt es alle paar Meter diese süßen kleinen Bleistifte. Umsonst. Ich schleppe die Tüten, weil sie hier raus. Ich habe sogar meine neue Küche aus 20.000 Ikea-Bleistiften gebaut. Guck mal. Ist doch logisch. Ist doch klar. Licken hin, was geht. Ich habe sogar meinen Sohn im Kindergarten abgemeldet. Der geht hier jetzt jeden Tag schön ins Bällebad. Oder hier. Der Ikea-Hotdog. Kostet zwar einen Euro, aber man kann sich so viel Gurken und Zwiebeln nehmen, wie man will. Hier so, oh, herrlich. Momente mal. So. Für ohne. Oh, Zwiebeln. Die mag ich. Die mag ich. Was? Das ist legal. Liebe Eltern, der kleine Torben möchte endlich aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Nee! Vorbrechepark! Der Torben, der bleibt so lange im Bällebad. Bis der Abitur hat. Hör auf! Das ist meine, das sind meine Zwiebeln! Das sind meine Zwiebeln! Wirke Schneider, meine Damen und Herren. Vielen Dank! Wirke Schneider! Die mag aber wirklich gerne Zwiebeln, muss ich sagen. So, Neues von der ehemaligen Flüchtlingskrise. Also, gibt die Flüchtlingskrise ja schon noch, aber wir haben die ja, das haben sie mitgekriegt, outgesourced. Seit Montag ist das EU-Abkommen mit der Türkei offiziell in Kraft. Läuft super! Ja, ja. Na ja, tatsächlich kommen zu uns nach Deutschland kaum noch Flüchtlinge. Vielleicht hilft das ja zumindest, einen Teil der Vorurteile gegen Migranten abzubauen, die es gibt bei uns. Manche Deutsche glauben ja immer noch, die kriegen hier Begrüßungsgeld. Und soweit ich weiß, sollen die mit 2000 Euro Begrüßungsgeld. Und wo haben Sie diese Informationen her? Im Internet. Im Internet, okay. Und wo? Nein, bei mir zu Hause. Quellenangabe zu Hause. Man kann keiner Quelle mehr trauen. Nicht mal dem Internet. Ja, aber gut. Kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, zum EU-Türkei-Abkommen. Jetzt spielen wir also offiziell Menschenschach. Da kommen jetzt Flüchtlinge aus der Türkei nach Griechenland, dürfen da kurz irgendeinen Antrag stellen und dann geht es ruckzuck zurück in die Türkei. Sind die Türken denn vorbereitet auf den ganzen Andrang? In Dikili, wohin die ersten 500 abgelehnten Asylbewerber abgeschoben werden, warteten am Wochenende gerade mal zwei Dixi-Klos auf grünem Rasen. Mit anderen Worten, läuft. Und damit meine ich nicht die Vorbereitung. Da werden jetzt wirklich so arme Menschen wahrscheinlich in einer Tour hin und her geschippert zwischen dem türkischen Dikili und Lesbos. Ja, denen musst du eigentlich eine Pendlerpauschale zahlen, natürlich. Ja, wir Deutschen haben jetzt einfach mal beschlossen, dass die Türkei ein sicheres Land ist. Obwohl Amnesty International seit Wochen immer wieder dokumentiert, dass die Türken Syrer abschieben und zwar zurück nach Syrien, auch Kinder, ins Kriegsgebiet. Und wir als EU machen da mit? Hat denn keiner mehr irgendwelche Skrupe? Skrupel auch im griechischen Parlament. Deshalb wird im neuen Asylgesetz die Türkei nicht als sicherer Drittstaat anerkannt, aber so behandelt. Ach so, ja, das ist doch mal ein schöner Kompromiss, mit dem alle leben können. Also außer die Syrer jetzt, ne. Realpolitik nennt man das übrigens. Und ich meine, klar, irgendwo musst du die Flüchtlinge ja hinschieben. In der gesamten Region gibt es ja mit der Ausnahme Israels kein einziges Land, das wir als vollguldige Demokratie und als vollguldigen Rechtsstaat bezeichnen könnten. Dann könnten wir ja diese Flüchtlingsfrage mit niemandem besprechen. Ja, wo sollen wir sie denn hinbringen? Nach Nordkorea? Das ist zu weit. Ja, über sowas könnte man sich mal aufregen. Aber Deutschland diskutiert ja lieber die spannende Frage, was darf Satire? Alles, Ende. Der tolle EU-Türkei-Plan. Wie erkläre ich Ihnen diesen Plan so, dass den wirklich jeder versteht? Ich schlage vor, wir versuchen es einfach nochmal wirklich kindgerecht. Der Türken-Enden-Club mit Serdar Sumontschuh. Hallo Kinder! Kennt ihr das, wenn man ein Problem hat, das furchtbar nervt? Zum Beispiel Zimmer aufräumen. Oder Flüchtlinge. Macht es doch einfach wie Tante Merkel. Hier, Deutschland hat ein Problem mit Flüchtlingen. Kosten Geld, gucken traurig und helfen der AfD. Ne, blöd. So, aber wenn ihr dieses Flüchtlingsproblem ganz weit weg bringt, also bis hier hinten in die Türkei, dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Na, schlimm. Fern, gar nicht mehr schlimm. Merkt euch das, Kinder. Lasst immer andere Doofe für euch die Drecksarbeit machen. Die doofen Mazedonier bewachen unsere Grenzen. Und die doofen Griechen füttern die Flüchtlinge. Macht denen nichts. Griechenland ist eh völlig kaputt. So kaputt wie die Ehe von Frauke Petry. Und dann natürlich die Türken. Wir verticken die Flüchtlinge an irgendeinem öligen Dönerverkäufer. Einmal Flüchtlinge mit aller scharfen Soße machte drei Milliarden Euro. Ja, sind Löcher. Oder, jetzt habe ich es. Europa einigt sich endlich auf ein einheitliches Asylrecht und einen Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge. Das letzte war natürlich Quatsch. Komm, ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen einfach die Augen zu. Dann sind die Flüchtlinge nicht mehr da. Macht alle mit. Tschüss, Kinder. Der Türkenentenclub mit Serdar Simonscu. Serdar Simonscu. vom Türkenentenclub. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, schon wieder neue schlimme Enthüllungen zum Thema NSU. Sie wissen, da sind zehn Menschen ermordet worden, obwohl der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten ganz nah dran war am Terror-Trio. Über Jahre. Wie nah ist jetzt nochmal wirklich erschreckend deutlich geworden? Der NSU-Tourist Uwe Mundlos soll während der Neonazi-Mordserie unter falschem Namen für eine Baufirma in Zwickau gearbeitet haben. Das Brisante dabei, der Inhaber der Firma, der Neonazi, Ralf Marschner, war damals V-Mann für den Verfassungsschutz. Und was für ein hübscher V-Mann, meine Damen und Herren. So, nochmal zum Mitschreiben. Uwe Mundlos, der jahrelang angeblich gar nicht zu fassen war, hat für einen V-Mann des Verfassungsschutzes gearbeitet. Auf dem Bau. Auf dem Bau gearbeitet. Und nicht nur er, auch Beate Zschäpe war wohl beim selben staatlich bezahlten Nazi angestellt. Ja, ein Team der ARD hat den Mann gerade, sagen wir mal, interviewt. Sagen Sie uns, ob Sie einen Mundlos beschäftigt haben? Nein, habe ich nicht. Sofort. Ja, wirklich. Ich gebe zuverschließend an die Kamera. Ach, ich glaube, der hat nichts zu verbergen. Ja. Die NSU-Morde, das war quasi betreutes Morden unter den Augen des Staates. Aber das sollte ja alles lückenlos aufgeklärt werden. Damit sich das nie wiederholen kann, dass da drei Leute einfach komplett untertauchen und solche Verbrechen begehen. Wie sieht es denn heute aus? 372 verurteilte Rechtsextremisten deutschlandweit haben nicht ihre Haft angetreten, sind aus dem Blickfeld der Behörden verschwunden. Komm doch mit in den Untergrund. Ja. 372 abgetauchte mit stramm rechter Gesinnung. Da wird es ja langsam schwierig, die nicht zu finden. Die gehören wahrscheinlich in manchen Gegenden quasi zum Stadtbild. Ach hier, kennen Sie schon das neue Wimmelbuch? Finde den nicht, Nazi. Warte mal, warte mal. Das ist schwierig. Da, die Oma. Ah, nee, ist auch Nazi. Aber ihr Hund. Auch Nazi. Ach, komm, ich gebe es auf. Ja, das Ganze hat natürlich auch wieder mit der insgesamt kaputtgesparten Polizei zu tun. Kann man nicht leugnen, mit den ganzen unbesetzten Stellen bei denen. Muss man ehrlich sagen, die Polizei ist ja schon mit der aktuellen Einbruchswelle völlig überfordert. In NRW wird nur einer von sieben Fällen aufgeklärt. Das ist deshalb schwer, die Einbrüche aufzuklären, weil wir viele der Täter gar nicht kennen. Das ist sehr schwer. Fragst du dich schon einmal, können die nicht wenigstens ihren Personalausweis am Tatort liegen lassen? Bisschen mitdenken, extrem unhöflich von den Einbrüchern. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Hunderte mit Haftbefehl gesuchte Rechte leben also im Moment im Untergrund. Haben wir aus den NSU-Morden also wirklich gar nichts gelernt? Wir schalten mal zu Klaus von Wagner. Er ist einer der führenden Nazi-Förster beim Verfassungsschutz. Klaus, wie viele untergetauchte Nazis fangen Sie denn so, sagen wir mal, im Jahr? Also, wieso fangen? Ich bitte, die Nazis fängt man doch nicht. Die beobachtet man. Wir sind doch froh, dass wir wieder so eine stattliche Population haben aufbauen können. Ich meine, das war ja in Deutschland fast schon ausgestorben, das Braunwild. Aber dann kam Gott sei Dank die Wende. Oh, da ist einer. Warten Sie, da ist einer. War doch nur ein Hase. Ein Haseli. Kann man eigentlich leicht unterscheiden. Der Hase hat das Stummelschwänzchen hinten. Alter, nahtzeiger Witz. Das ist nichts Besonderes. Ja, Herr von Wagner, ich finde da gar nicht so viel witzig. Es gibt immer noch kein funktionierendes V-Mann-Register in Deutschland. Jeder Landesverfassungsschutz schützt weiter offensichtlich nur seine Nazi-Informanten. Ich sag mal, nichts ist besser geworden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir machen neuerdings alle halbe Jahre Inventur. Das ist kein Witz. Das BKA zählt die offenen Haftbefehle. Und dann wissen wir, diese Leute müsste man echt mal suchen. Wenn Zeit ist. Außerdem haben wir doch überall Kamerafallen aufgestellt. Das ist so niedlich, wenn die da reintappen. Schauen Sie, der hier versucht, glaube ich, eine Banane zum Essen und ist meines Erachtens ein Männchen. Ach, das ist ein Männchen. Woran erkennt man das? Ja, an der typischen Zeichnung im Fell. Ah, ja. Sehen Sie, Herr Wecke, ich will ja nichts verharmlosen. 372 untergetauchte Nazis, das klingt nicht schön. Aber Innenexperten des Bundestages gehen davon aus, dass nur 180 davon wirklich gefährlich sind. Nur 180? Das letzte Mal haben drei ausgereicht. Ja, ruhig, Brauner. Deswegen beobachten wir die ja. Oder glauben Sie, ich stehe aus Spaß auf dieser blöden Lichtung? Wissen Sie was? Ich versuche jetzt mal für Sie, einen anzulocken. Moment. Entschuldigung, das ist noch auf Rotwild eingestellt. Ich imitiere jetzt den Paarungsruf des Braunwildes. Und zusätzlich lege ich jetzt noch eine Äsung aus, wie wir Jäger sagen, also das natürliche Hauptnahrungsmittel. Anlocken mit Dosenbier, beobachten, aber das reicht doch nicht. Ständig werden neue Nazi-Waffenlager entdeckt. Neulich erst in Kassel, in Bamberg. Ah, jetzt, pst, Oliver, da kommt einer. Ein Prachtexemplar. Deutsch, kurzer. Ja, der ist süß. Und was machen Sie jetzt mit dem? Direkt einsperren? Sind Sie verrückt, haben Sie nie in Daktere geschaut? Also, der wird jetzt beringt. Und dann wird er zur Beobachtung wieder ausgewildert. Ein ganzer feiner, gell? Schön, ja, prima. Dann würde ich sagen, Herr von Wagner, wie sagt man Weidmanns? Heil. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren, vielen Dank. Unser Nazi-Jäger. So, diese Woche gab es Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Da wird zum Beispiel für Pflegekräfte verhandelt. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die hätten definitiv deutlich mehr Geld verdient. Wenn man bedenkt, ja, bitte. Ja. Ich war selber mal 20 Monate im Altenheim. Fast freiwillig, meine Damen und Herren. Wenn man bedenkt, wie schlecht Altenpfleger bezahlt werden. Die müssen ja vorkommen in Deutschland wie heimblöd. Das ist ja furchtbar. Oft gibt es nicht mehr als 2000 Euro brutto. Ich sage mal, da bleibt nicht viel übrig für den Briefkasten in Panama. Und unsere Politiker schwadronieren im Wahlkampf zwar gerne über die Pflegerin, die viel besser bezahlt werden müsste. Aber in der Realität bleibt es dann leider oft bei Phrasen. Warum ist das Heben von Steinen mehr wert als das Heben von Menschen? Weil man mit Steinen noch was anfangen kann. Spaß. Kein Wunder, dass in Deutschland mindestens 30.000 Altenpfleger fehlen. Und zwar Tendenz steigend. Denn unsere Gesellschaft, das wissen Sie, Sie sehen es auch an mir, kompostiert ja immer schneller vor sich hin. Und da wird es dann wahrscheinlich bald ziemlich eng in den Heimen. Reichlich eng. Ja, klar. Nein, das ist doch logisch. Niemand will da gerne hin, oder? Nee. Och. Warum nicht? Nein. So lange mein Verstand in Ordnung ist. Kommtliche Frau oder ich muss so bekloppt sein, dass ich das nicht merke. Dann gehe ich ins Pflegeheim. Dann gehe ich ins Pflegeheim. Süß. Ja. Was die Dame leider vergessen hat, sie ist bereits im Pflegeheim, aber das nur am Rande. Quatsch. In mindestens 200.000 deutschen Haushalten, in mindestens 200.000 deutschen Haushalten arbeiten inzwischen Pflege aus Osteuropa. Oft für einen absoluten Hungerlohn. Und der Staat, der guckt da lieber nicht so genau hin, denn sonst müsste man sich hier eventuell kümmern. Das wäre schlimm. Gleichzeitig werden immer mehr deutsche Senioren Richtung Osteuropa verfrachtet. Die Schlagzeilen lauten, Pflegetourismus boomt, Oma-Export, Zwangsentsorgung. So werden Alte ins Ausland abgeschoben, meine Tochter hat mich in die Slowakei geschickt. Immer noch besser als noch Ostwestfalen. Das ist ja Quatsch. Wir haben heute Ostwestfalen im Publikum. Ich bin ja selber einer. Jetzt meine ich, warum soll Oma denn nicht nach Polen? Warum denn nicht? Mal ehrlich jetzt, klar. Ein durchschnittlicher Heimplatz kostet da in Polen weniger als die Hälfte von dem, was er hier kostet. Viele können sich das deutsche Pflegeheim schlicht nicht mehr leisten. Das müssen die Alten dann ausbaden. Die alten Leute haben Angst, da ist jetzt ein fremder Mensch da. Jetzt hören sie plötzlich polnische Sprache oder vielleicht russische Sprache. Dann kommen Kriegserinnerungen hoch. Das verstehe ich, allerdings sind die Kriegserinnerungen der Polen und Russen jetzt oft auch nicht so doll. Ach, Herr Obersturmbandführer, so sieht man sich wieder. Bereit für den Katheter? Das wird super. Deutsche Rentner in osteuropäischen Altenheim. Da ist jetzt ohne Scheiß, da ist ein regelrechter Markt entstanden und unser Kollege Albrecht Humboldt mischt da fröhlich mit. Und Albrecht, das heißt, Sie haben da jetzt tatsächlich eine eigene Firma gegründet, oder wie? So ist es. Oliver, ich präsentiere wegmitoma.de. Wir holen Ihre alten Verwandten zu Hause ab und bringen sie direkt ins Pflegeheim nach Osteuropa. Im Grunde wie früher auf dem Dorf der Schrottsammler. Kundschaft. Guten Tag. Tag. Oliver, die Heime da drüben sind im Vergleich spottbillig, das heißt, Sie sparen bares Geld und müssen Oma nie wieder besuchen. Das ist im Grunde eine Win-Win-Situation, außer für die Oma jetzt nicht. Wo bringen Sie mich hin? Gute Neuigkeiten. Es geht zurück in die alte Heimat, in die Slowakei. Ich komme aus Schlesien. Ach, das ist doch alles dasselbe. Das wird super. Und Sie müssen sich auch keine neuen Namen mehr merken. Die Pfleger da heißen alle Olga, auch die Männer. Oliver, die TÜV-geprüfte deutsche Qualitäts-Oma ist ein Exportschlager. Sie ist reich, scheckhaft gepflegt und abwaschbar. Ach, da fällt mir ein. Wir fahren ja auf dem Weg jetzt quasi bei Ihnen vorbei. Sollen wir Ihre Mutter da gleich mitnehmen? Bitte? Meine Mutter ist doch topfit. Ja, aber wie lange noch? Denken Sie mal drüber nach. Das hier liegt voll im Trend. Jedes Jahr werden tausende deutsche Rentner in osteuropäische Abkratz-Residenzen gebracht. Also ich kann mich vor Aufträgen nicht mehr retten. Erst heute Morgen hat mich die CDU angerufen. Sie wollen Erika Steinbach loswerden. Das geht eigentlich nicht mehr. Da habe ich gesagt, kein Problem, für die habe ich noch was Nettes in Transsilvanien. Wenn wir 50 Omas zusammen haben. Ich muss mal. Ja, ja. Wenn wir in der Slowakei sind. Ist das traurig. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Weg mit Oma.de. Die neue Geschäftsidee. So. Jetzt aber noch mal kurz zurück zum Aufreger der Woche. Briefkastenfirmen. Wir haben unsere diensthabende Investigativkanone Carsten van Rissen da mal auf die Fährte gesetzt. Und die führt ihn unter anderem mitten hinein ins schwarze Herz der EU. Geld in Panama zu verstecken ist wirklich das Hinterletzte. Pah. Und genau das will ich auch. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Briefkastenfirma aufzumachen. Hier in Brüssel im Europäischen Parlament gibt es einen Abgeordneten der Linkspartei, der vormacht, wie einfach das ist. Herr Demasi, Sie haben versucht, in Panama eine Briefkastenfirma zu eröffnen. War das eigentlich schwer oder könnte ich sowas auch? Und vor allen Dingen, was muss man da für Unterlagen mitbringen? Also brauche ich dafür Abitur? Darf ich Vorstrafen haben? Muss ich sogar vielleicht Vorstrafen haben? Es war ganz einfach für mich. Ich habe ein Telefoneurer abgenommen, habe bei der berüchtigten Kanzlei Mossack-Fonseca angerufen, gesagt, ich habe 2,5 Millionen Euro, die ich vor der Steuer retten will. Und ob die mir irgendwie helfen können. Und die Dame war sehr hilfsbereit, wie sie sich vorstellen können. Und jetzt haben Sie die ganze Kohle da versteckt? Also ich habe angeboten, 2,5 Millionen Euro in den Briefkasten zu stecken. Das Problem ist, ich habe das Geld gar nicht. Sie haben jetzt da kein Geld reingesteckt? In diese Briefkastenfirma, die waren doch schon nah dran. Nein, wenn ich 2,5 Millionen Euro auf dem Konto hätte, dann würde ich jetzt was anderes tun. Das kann man sich doch besorgen. Was läuft denn jetzt? Jetzt müssen Sie schön wieder weiter, Suppenküchen finanzieren, Kitas finanzieren, Krankenhäuser, dieses ganze soziale Gesocks da. Aber, man, mir war es klar, vielleicht mein Fehler. Sie sind von der Linkspartei, sind wahrscheinlich in der DDR groß geworden und so. Ich bin in Darmstadt groß geworden, das ist nicht in der DDR. Das ist fast dasselbe. Und mit Kommunismus übergeht nichts. Absurd, das ist Quatsch. Sorry, mein Fehler. Liebe Grüße an die Wagenknecht. Ich bin bescheuert. Ich bin bescheuert, ich bin ein Kommunismus über Geld gebeten. So, Freunde, ich riegel das jetzt selber. Was ein Linker hinkriegt, das schaffe ich auch. Hallo, schönen Tag. Es geht um eine Kontoeröffnung und eine diskrete Steuergestaltung. Ja. Kann ich mich mit Ihnen darüber unterhalten? Na klar. In Ruhe, oder? Das wäre super. Ja, machen wir. Dann muss ich den Schalter direkt wieder schließen. Tut mir leid, aber es geht um viel Geld. Ich habe eine nicht unerhebliche, sondern Bargeld. Stichwort Panama. Ich habe gehört, dass auch deutsche Banken sich da eventuell gerne Diskretung kümmern. Dann muss ich wirklich direkt passen, aber... Ich müsste mein Geld eigentlich direkt nach Panama bringen. Das heißt, Sie wollen keine Steuern zahlen? Keine Steuern ist schwierig. Für weniger gibt es Möglichkeiten. Für gar keine ist gerade eine schwierige Zeit. Mir reicht es jetzt. Wenn man eine Briefkastenfirma will, dann geht man zu einer... Richtig, Briefkastenfirma. Ja, welchen Briefkasten würden Sie mir denn jetzt empfehlen? Den Standing Ovation. Standing Ovation? Ja. Schicken Sie den bis Panama? Das können wir weltweit auch nach Panama verschicken. Der hat ja sogar so ein bisschen was Tresorähmliches. Ja, was Geheimnisvolles. Da ist eine ganze Menge drin, habe ich ja gesagt. Oh. Ach, komm hier, alles rein. Dann machen Sie mal so weiter. Jo. Super, läuft. Und damit zurück ins Studio. Bis dann, Herr Reih. Carsten Verrissen, legt Ihre Gebühren an. So. Und jetzt noch ein wichtiger Hinweis für alle, die morgen wieder zum Shopping in die zugeparkte Innenstadt fahren. Im Moment, da warne ich Sie wirklich, im Moment wird wahnsinnig viel abgeschleppt. Na ja, am Familientag mit den Kindern hier, da müssen wir abschleppen. Die Frau vermisst allerdings nicht nur ihren Wagen. War da zufällig ein Mann dabei? Den Mann können Sie behalten, aber ich will mein Auto wieder. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte, wir sehen uns nächste Woche wieder. Schönen, schönen Abend. Danke sehr. Vielen Dank. Applaus Danke. 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 Vielen Dank.